400 Shows in einem Jahr Oder ist das für Männer, die sein wollen wie Frauen? Für die Kinder ist das sehr witzig. Für Kinder witzig, ne? Das ist ein Paket hier an, das ist riesig. Voll lustig, wenn du da draufstehst, treffe deinen Star. Mit Autofahrt. Da krieg ich mal so komplett... Da krieg ich mal... Tachlischhoß, Freunde, euer Göcki am Start. Ich bin hier in meiner Heimat in Dortmund und hinter mir ist der... Flixplatz-Zirkus, heute gibt's Akrobatik, Motorrad schauen und alles. Und da ist ein Teil meiner Community, die vor allem so lieb waren, zu Weihnachten eine kleine Spende an Kinder zu tätigen, an die Toni-Kroos-Stiftung. Ist ordentlich Kohle zusammengekommen. Und heute feiern wir ein bisschen Weihnachten. Und vielen, vielen Dank, dass ihr alle am Start seid. Ich glaub, wir machen uns heute einen schönen Nachmittag und Abend. Und wir gucken uns das gleich mal an, was da drin abgeht. Für mich ist auch so ein Coming Home, hier meine Heimat. Ich hab hier drüben, wenn man mal rüberschwenkt, bei Eintracht Dortmund jahrelang Fußball gespielt. Jahre später bin ich jetzt hier im Anhang und wir gucken schön Zirkus und feiern ein bisschen Weihnachten. So, jetzt geht's rein. Die Community ist schon drin. Und wir gehen jetzt mal gemeinsam hier in das Festzelt rein. Flickflack. Jetzt gibt's hier noch die Kartenabnahme. Ich hab auch ein Ticket bekommen noch. Ganz am Ende. Ich hab schon mal so was geguckt, so ein Zirkus oder nicht? Ich noch nie. Ich noch nie. Das war was anderes. Das macht man sonst wahrscheinlich gar nicht so, ne? Also ich hab, das ist schon krass, was die da drauf haben. Mit dem Tore da war auch krass. Tore, du denkst, dass die auch nicht gesichert, die Akrobaten. Du denkst, wenn er jetzt runterknallt. War gut fürs YouTube-Video, aber schlecht. So, ne? Ist schon nicht ohne. Also ich glaub, die müssen auch den ganzen Tag bringen. Wahrscheinlich mehr als wir im Fitnessstudio und so, ne? Die VIP-Tickets. Ich komm mir immer gar nicht so VIP vor. Aber ich find's mal voll lustig, wenn da draufsteht, äh, treffe deinen Star. Mit Autofragen. Dann denk ich mal so komplett, denk ich mal, oah, Mensch. Ja, und auch grad das passt zu Weihnachten, oder? So vorweihnachtlich noch mal irgendwie sowas zu erleben. Das ist, glaub ich, ne schöne Sache, ne? Wir gucken noch mal zusammen. Ist schon geil. Ich werd noch viel Spaß. Und vielen Dank erstmal, dass ihr alle gekommen seid, ne? Danke für die Highline. Gerne, gerne. Darf ich mal fragen, wie du heißt? Jason. Jason. Und du bist Akrobat. Was genau machst du? Kannst du mir das mal erzählen? Ich hab ja deine Show gesehen und war selber eindruckend. Das sind die Strapaten. Strapaten. Also zwei Bänder. Ja. Die an der Zirkusgruppe bestätigt sind. Okay. Und dann fragen, wie viele Shows du im Jahr machst? Ähm, also dieses Jahr war ich noch auf Tournee. Da hab ich über 400 Shows gemacht. 400 Shows? In einem Jahr? Verrückt. Wie musst du dich doch vorbereiten? Körperlich und geistig. Trainierst du jeden Tag noch zusätzlich? Ja. Also wenn wir jetzt viele Shows haben, dann kann ich nicht viel trainieren. Aber sonst natürlich das Training ist extrem wichtig. Das heißt, du hast offenbar zwei Shows und musst trotzdem noch trainieren? Ja. Respekt. Schon hart. Und wie machst du das mental? Du hast ja auch das Risiko, dass du die abstürzen kannst oder dich verletzen kannst. Ja. Versuchst du das komplett auszublenden, dass du sagst, mir kann nichts passieren? Oder ist dir das immer bewusst und du gehst nicht immer komplett über diese Schwelle, über diese Grenze, die man vielleicht in den Kopf hat? Also mir ist schon immer bewusst, dass Risiko vorhanden ist. Es ist natürlich extrem wichtig, dass man den Respekt nicht verliert. Ja. Aber in dem Moment, wenn ich da oben bin, dann blende ich mich. Vergehst du das. Das musst du wahrscheinlich auch. Das kannst du dich nicht trauen, ne? Ja. Auf jeden Fall sehr, sehr beeindruckend. Ich wünsche dir viel Erfolg weiterhin. Hab mich gefreut und danke für diese tolle Show. Und schöne Feiertage und frohe Weihnachten. Ja, das Zirkus-Erlebnis war wirklich super, muss ich sagen. War ein schöner Abend. Wir haben hier gerade Heiligabend. Und Romy, du hast gedacht, für Weihnachten muss ich schön aussehen, ne? Was hast du dir dabei gedacht, Romy? Na, dich zu schminken? Mich zu schminken einfach? Hm? Machst du ein Schmink-Tutorial mit mir? Sehe ich so scheiße aus, Romy? Ja. Ernsthaft? Sehe ich so schlecht aus? Ja. Was muss man da machen? Einfach dich rumschminken. Was machst du genau? Du musst sagen, was du genau machst. Na, ich mach die richtig hübschen drauf. Aber was machst du zuerst? Die Augen oder die Backen? Zuerst die auf. Okay, dann zeig mal, wie du das machst, Romy. Ist das für Männer oder für Frauen? Für Männer. Bist du sicher? Ja. Oder ist das für Männer, die sein wollen wie Frauen? Die einfach nur Männer sind eigentlich. Aber, Romy, hast du schon mal Männer in der Stadt oder auf der Straße so rumlaufen sehen? Ja. Mit Farben im Gesicht? Ja. Bist du sicher? Ja. Aber du wohnst auch in Berlin, ne, Romy? Ja. Ja. Dann kann das passieren wahrscheinlich, ne? Was ist denn jetzt dein Plan? Wie soll ich aussehen, Romy, nachher? Einfach richtig hübsch. Wie ein Weihnachtsmann. Wie ein Weihnachtsmann? Ja. Aber ein Weihnachtsmann ist noch nicht hübsch, Romy. Das sieht doch lustig aus. Nee. Der Weihnachtsmann ist richtig cool. Und jetzt die Augen? Ja. Ich habe das Gefühl, das wird komisch aussehen, Romy. Ach nee. Hast du das gelernt, Romy? Ja. Warst du in der Schule? Ja. In der Schminkschule? Ja. Ja. Ja? Und da haben wir gesagt, man muss die Menschen hässlich machen? Wie den Gorki? Nee, man muss Männer so hübsch machen. Wie noch nie. Männer so hübsch machen wie noch nie? Ja, wie eine Frau. Lass sie aussehen wie eine hässliche Frau? Ja. Du musst doch nicht die Ohren schminken, Romy. Sind wir fertig? Nur nicht. Machst du dich jetzt für Heiligabend schön, Romy? Fertig. Sehe ich jetzt aus wie der Weihnachtsmann? Ja. Mach ich jetzt tanzen, Romy? Schau mal wie das ist. Romy, das ist nicht dein Ernst, oder? Das ist kein Karneval, Romy. Das ist Weihnachten. Sieht aus wie ein Vogel. Die Kinder sind sehr witzig. Für Kinder witzig, ne? Findest du lustig, ne? Ja, für Kinder bist du richtig witzig. Für Kinder bist du richtig witzig. Für Kinder bist du richtig witzig. Mhm. Na dann. So, wieder zurück in der Heimat und ja, war ein kurzes Vergnügen. Feiertage ist bei mir, wie gesagt, mit ein bisschen Stress verbunden. Ich hatte auch wieder einen Termin hier in Berlin. Dazu gleich noch mehr. Ich habe ein richtig cooles Paket bekommen und ich zeig euch das mal. Ich habe ein großes Problem übrigens gerade. Schaut mal, mein Paket steht hier mitten in der Tür. Guckt euch mal das Paket hier an. Das ist riesig. Und ich würde mal sagen, wir gucken mal einfach rein, was das Ganze hier zu bedeuten hat. Ich kann sagen, das wird für den Winter ein Spaß vom Fernseher. Tara, liebe Spaß Freunde, guckt euch das mal an. Ein geiles Live Fitness Bike. An der Stelle vielen Dank an Team Indoor Cycling Germany, die mir das hier zur Verfügung gestellt haben. Und boah, ich freue mich so, ne? Das ist so der Knaller. Ich liebe einfach Spinning. Jetzt habe ich so ein Ding zu Hause. Und ich würde sagen, das heißt ab sofort Netflix and Drill. Es gibt doch nichts Geileres, als vor dem Fernseher so ein Spinning Bike zu haben und seine Kalorien purzeln zu lassen. Ich werde das erstmal aufbauen. Ich werde heute mal eine Einheit darauf machen. Da kommt dann noch so ein kleiner Computer dran. Und das ist wirklich ein professionelles Spinning Bike. Also ein richtig gutes. Und boah, das macht so Bock. Ich freue mich richtig. So, hier in der Ecke macht sich das schon mal ganz gut. Für den Fall der Fälle schiebe ich das einfach da hinten vor den Fernseher. Und ich glaube, wenn man dann wirklich einen coolen Film guckt oder so in der Serie, dann purzeln so die Kalorien einfach nebensächlich, wenn man auf dem Rad sitzt. Und dann gibt es noch so einen kleinen Computer. Ich gucke einfach mal, was dieser Computer kann. Der wird vorne noch herangeschoben. Ey, und das ist für mich, für mich ist das beste Weihnachtsgeschenk, was ich haben kann. Ich freue mich so, ich habe mich so ein Spinning gewöhnt. Das ist der übelste Knaller, einfach so ein Ding zu Hause zu haben. Wenn ich dann hier so ein bisschen Gas gebe, schaut mal, dann springt jetzt hier oben der Computer an. Und ich kann hier wirklich verschiedene Programme aussuchen. Also Herzfrequenz, Kalorien, verschiedene Cardiobereiche kann ich trainieren. Und im Handbuch gibt es dann hier Sachen, die man einstellen kann. Anaerobischwelle, man kann halt die Laktatschwelle trainieren. Und deswegen interessant, was Cardiotraining angeht. Und dazu werde ich euch nochmal ein bisschen aufklären. Vielleicht für Leute, die wirklich auch zu Hause ein bisschen Cardiotraining machen wollen, eine gute Idee. Jo, ein ganz kurzes Essensupdate. Ich esse nach wie vor nur einmal am Tag. Ich esse nur eine dicke, fette Mahlzeit am Abend. Immer noch so eine Art Intermittent Fasting komme ich mega gut mit klar. Ich muss nicht tracken. Wenn ich mal nicht am Abend dick Pizza oder wenn ich mal nicht am Abend dick Sushi bestelle, dann koche ich auch selbst. Und wenn ich selbst koche, sieht das folgend aus. 600 Gramm Rinderhack, Light-Version mit weniger Fett. Ein Kilogramm Gnocchi. Dann Gemüse. Eier packe ich mit rein. Zwiebeln, Knoblauch, Tomaten. So eine Pesto-Soße. Ein bisschen passierte Tomaten. Und diesen ganzen Haufen. Ich weiß nicht, wie viele Kalorien es hat, aber es hat locker zweieinhalb tausend. Allem drum und dran. Die gönne ich mir da am Abend nochmal rein. Und das ist meine Mahlzeit. Ich tracke das halt nicht. Und das macht mich übel satt. So sieht es dann aus, wenn ich es selber koche. Ja, das nenne ich mal Abend, liebe Spaß Freunde. Dieser ganze Topf Gnocchi und diese ganze Pfanne hier mit dem gehackten, mit Gemüse und allem drum und dran. Ist jetzt mir, ich weiß, optisch sieht das nicht so der Knaller aus. Aber eins kann ich euch sagen. Das macht satt. Das hat genug Eiweiß. Und das schmeckt trotzdem ziemlich geil. Und das versorgt meine Muskeln. Und das gönne ich mir jetzt rein. Dementsprechend würde ich mal wieder sagen, wie immer, das Ganze hier muss jetzt besonders tief reingehen. Und wenn ich dann immer noch nicht genug habe, dann gönne ich mir so einen schönen Protein-Cookie. Die sind richtig, richtig lecker. Kleiner Tipp, einfach 30 Sekunden in die Mikrowelle, dann wird das schon weich. Und dann ist das ein richtig leckerer Protein-Cookie. Nach 30 Sekunden aus der Mikrowelle raus. Und dann ist der so richtig schön weich. Guckt euch das mal an. Richtig, richtig geil. Den gönne ich mir jetzt als Nachspeise. Ich packe euch mal den Link unten rein. Schmeckt wirklich gut. Ist kein Scherz. Ist einfach mal alternativ, proteinreich. Also schmeckt ähnlich, wie wenn ihr bei Subway oder so ein Ding holt. Und von den Nährwerten auf jeden Fall ein bisschen besser. Ja, ich habe es bei mir in der Heimat in Herdecke bei Dortmund nicht lange ausgehalten. Weil ich einen Dreh hatte für Nike und für die GQ. Ich kann das auch hier mal ein bisschen einblenden. Und zwar habe ich da ein heftiges Workout machen müssen. Und ihr könnt mich da herausfordern. Ich werde halt bald vier Videos hochladen. Also Workout-Videos. Ein bisschen mehr Bodyweight. Ein bisschen mehr Richtung Crossfit. Und ihr könnt dann meine Herausforderung annehmen und versuchen mich von den Zeiten zum Beispiel zu schlagen. Das wird ganz cool. War eine geile Geschichte. Ein aufwendiger drehen. Das war mega anstrengend. Ich habe gemerkt, so beim Training so ein paar Defizite habe ich da schon. Und gerade Richtung Mobility und Crossfit habe ich eigentlich Bock im neuen Jahr mehr zu machen. Also wenn ich Vorsätze habe für das neue Jahr, dann ist mein Vorsatz wahrscheinlich ein bisschen flexibler im Training zu werden. Einfach mal wieder neue Sportarten auszuprobieren. Weil 2017 war für mich sehr Bodybuilding-lastig. Aufgrund des Wettkampfes habe ich viel Maschinentraining gemacht. Ein bisschen einseitiger auch trainiert. Es ging mehr um die Optik. Und im neuen Jahr habe ich so ein bisschen mehr Bock auch mehr auf die Flexibilität, auf die Leistung wieder zu gehen vom Training und da ein bisschen mehr zu optimieren. Und vielleicht habe ich da ein paar spannende Projekte, wo ich euch da mitnehmen kann. Vielleicht neue Crossfit-Boxen mal ausprobieren und so ein Kram. Einfach mal ein bisschen das Training verändern. Und da habe ich Bock drauf, im Jahr 2018 auf jeden Fall da ein bisschen darauf einzugehen. Ich möchte hier am Ende nochmal vielen, vielen Dank sagen für alle Leute, die bei FlickFlack dabei waren. Wir haben echt eine geile Summe zusammen bekommen für die Toni Kroos Stiftung. Wir haben vor Weihnachten ein paar Kindern was Gutes getan. Das war mega, mega nice. Es hat mich wirklich gefreut, dass ich mit dieser FlickFlack-Aktion und mit euch als Zuschauern da ein bisschen was tun konnte. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen bei diesem Vlog. Ich hoffe, ihr startet besonders gut ins neue Jahr. Dass ihr alle gesund bleibt, das ist das Wichtigste. Und wir sehen uns auch im neuen Jahr wieder ordentlich mit ein paar Videos. Und ich versuche auch hier auf meinem Kanal ein bisschen mehr Struktur weit reinzubringen. Lieb Euge, so ein bisschen gerade damit vielleicht auch jemanden anzustellen. Ihr müsst wissen, ich mache seit über sechs Jahren alles selber. Ich schneide selber, ich filme selber. Und irgendwann merkt man einfach auch, was Qualität und Regelmäßigkeit angeht, dass es inzwischen so fortgeschrieben ist, auch auf YouTube, dass man das ganz alleine gar nicht mehr so stützen kann. Und wenn ich halt weiter auf YouTube ein bisschen bestehen möchte und vernünftige Inhalte bringen möchte, brauche ich einfach die Unterstützung. Und ich versuche mir einfach auch im neuen Jahr, was YouTube angeht, ein bisschen Unterstützung zu holen, dass ich euch auch geilen Content weiterhin liefern kann. Und in dem Sinne vielen Dank fürs Zusehen. Alles Gute fürs neue Jahr. Kommt gut rein. Ihr seid vielleicht schon drin, je nachdem, was das Video online ist. Bis dann, haut rein, euer Görki. Ciao.